hallo welt da sind wir wieder hier bei den flüchtlingen und sarah du bist auch da hallo sarah ja hallo youtube hallo richi ja ich bin auch da und wir haben so einiges vor aber hier wäre auch turkid gewesen gut wir haben eine mission sprich mit taucher übrig gebliebenen über ihre anliegen dann wollen wir mal dahin okay ich muss noch tanken eben ach ja fertig getankt nehmen es ist nach hinten zum blauer wählen der so zettelbart ist nun der ist leer da ist wirklich nur noch ein tropfen benzin drin ja in meiner auch aber ich wollte sein kanal kann alle sachen mit kopfdrucken und jetzt auch noch von das war laut ja die haben geschossen ich habe nichts aufgetankt ja was nein ich dachte ich hätte aufgetan ich habe nur den ausgenommen hast du denn schon mal auf der karte wie weit und so ist ein stück aber ja das geht mit einem tank fliegen dann fahr vor ja gerne kreischer auf der straße kreischer erledigt und ein paar andere auch noch dafür qualmt mein auto schon kreischer Links Ach, da kommst du Oh mein Auto qualmt Mach komische Geräusche Nein Jetzt muss ich mal Auto reparieren Ja, hinter dir Was denn? Ach so Ja, ich muss mal Auto reparieren Oh nein Okay Halt doch auf Oh, jetzt ist meins auch im Arsch Die gehen aber schnell kaputt jetzt, die Autos Was ist denn da los? Keine Waffen mehr Keine Ersatzteile mehr Die Autos gehen total schnell kaputt Benzin finden wir auch kaum mehr Naja gut, wir haben ja alles schon durchsucht Aber alles noch lange nicht Aber doch schon ziemlich viel Na, damit konnte ich nicht rechnen Ich freue dir, ich tue gar hinter dir her Ja Ach, geht doch mal aus dem Weg Mensch, das ist aber auch lästig mit euch Ja, wie die fliegen Ja Ja Und da kleben sie immer alle Ja Und äh Windschutzscheibe Fest irgendwo hin Hier? Ja Hier? Ja Ich hab dich getroffen Ja, wir haben jetzt erstmal ein bisschen Ja Schau Schau Ja 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 Hickety is a break Quatsch Wir müssen doch nicht hier hin Warum? Orangenes Männchen hier Nee Ist aber doch falsch Aber das ist doch orange hier bei mir Sprich mit Taura Was hab ich in der Ente gehabt? Hallo Taura Hey, you're not dead Ach so Ich hab Ist schon gut Ja, ja, hast recht Ich hab unser Zuhause markiert Wieso das denn? Ich weiß es nicht Äh, ist sie das? Ja, mit der ich gerade spreche Soll ich Benzin kaufen bei ihr? Ich habe gehört Ich habe gehört Unsere Freunde, die Kopfstampfer Planen unsere Unseren Handelstreffen zu überfallen und alles zu stillen Danke für die Warnung Ich werde schauen, ob ich sie zur Vernunft bringen kann Ja, kauf mal Benzin Toolkits hat sie zwei, die sind aber ziemlich teuer Aber ich kauf die auch mal Oh nein Nein Das wollte ich gar nicht Oh nein Das ist ja weniger als die Hälfte wert, wenn man das verkauft Oh Sieht schlecht aus hier mit uns allen Konfetterie Was? Konfrontiere Erika Kopfstampfer Warte Hey, was geht's? Hey da, Businesspartner Er hat medizinische Vorräte für 125 So weit ist das Boah, weißt du was? Wir hätten mit Arne im Auto fahren sollen Sie hat auch nur medizinische Vorräte Hast du was von ihr gekauft? Ich habe Benzin, einen Kanister und ein Toolkit gekauft Komischerweise Oder zwei Ich hatte gedacht zwei Genau Toolkit, ich kann mein Auto reparieren Das ist ein total weiter Weg jetzt Ja Okay Deins ist ja repariert, ne? Hattest du ja gerade Ja Sieht immer noch nicht gut aus Nö Oh, da kommt eine Horde Ah, die schaffen das schon So, der Weg nochmal Wir fahren da lang, da lang Nein Wir fahren da lang Äh, ich weiß Bescheid Du weißt Bescheid Ja Okay Dann Fahr mal los, ich folge dir wieder Bist du soweit? Ja Ja Ops Ops Ach, die koe da hinten We have a big job facing us Anyone over there want in? Na, mich hat doch jetzt tatsächlich eine blöde Mücke gestoppen Echt? In den Hacken rein Aua Mach schnell kaputt Naja Keine Ahnung, wo die jetzt rumgezwirbelt Oh nein Oh, hoffentlich komme ich mit dem Medizin aus Du schaffst das Der frisst nämlich ganz schön hier Wow Wow Die Lenkung ist klasse Äh, der ist ganz schön wendig hier Äh Komm, du komm weiter Oh, konfrontiere Erika Oje, da müssen wir gegen Menschen auch noch, ne? Hoffentlich nicht Oh je, so viele Ach, die sind das Oh nein, 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 zurück Oh nein, 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 nein Ein Lautfliff vor's Auto Oh Hey 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 So, Erika, was hab ich gehört? Kann ich etwas für dich tun? wenn sie aggressiv wird sofort also muss nicht von deinem partner steht sagt mir was du brauchst und wir kümmern uns darum warum nicht das heißt wir müssen benzin suchen am besten über funk sonst wir haben schon alles durchsucht ok funkt nein funkt nein funkt ja die alle tasten durch ressourcen leute medikamente lebensmittel der industriebericht versuch dort dein glück okay wir wissen dass da ist das mein benzin noch bis dahin reicht ja gute frage meint sie auch 888 meter ja fahren wir soweit es geht kommt wie kommen wir denn dahin müssen wir gucken ja einen feldweg müsste da rein führen dann die letzten tropfen brauchen wir selber das benzin wenn wir das gefunden haben wie bist du da hingekommen auch einfach weiß doch über berg und stein ist hier ist überall ein zaun ja einfach durch ja boah fast recht Ach, ich finde nur Plunder. Hier ist das Aha. Realressource. Oh, hier ist aber viel zu suchen. Nichts gefunden, na toll. Hier ist aber richtig viel noch zu suchen. Aha, hier draußen, im Lager auch. Oh, Benzinressourcen, sehr gut. Hier oben ist auch noch was drauf? Ja, warte, ich packe schon mal bei dir im Auto was ein. Jetzt kommt alle. Ach, du bist da. Ich spring hier rum, ja. Moment, hier noch. Merry Christmas to me. Ja. Sehr schön. Hast du für dich auch Benzin gefunden, Richie? Nö. Ich habe nur Medikamente, sowas Verbände und so gefunden. Ich bin aber noch hier drin. In der Lagerhalle. Kaffee, ich finde andauernd Kaffee. Tja, was das wohl zu bedeuten hat. Ja, das frage ich mich aber auch so langsam. Empty. Was ist denn so laut da draußen? Auch ein paar Zombies. Ach so. Und ich finde die ganze Zeit Samen. Samen und Kaffee. Was soll ich machen? Der muntere Gärtner sein? Mhm. Ich habe dich so aufgetreten. Jetzt fall endlich um. Du bist doch kein Fußball. Und ich bin kein Millionär. Jetzt fall schon. Fall endlich um. Ich brauche einen Freude. Ja, okay. Dann. Der wollte einfach nicht umkippen. Ich habe doch schon meinen Super-Power-Tritt angewendet. Die kann das gar nicht so richtig. Ach so. Oh, hier gibt es auch noch viel zu tun. Ich kann nur mit Krach hier aufmachen. Soll ich? Ich bin schon hier drinnen. Wie das denn? Eine Tür in der Lagerhalle meinst du doch, oder? Nee, hier ist so ein Schuppen. Ach so. Ich bin noch in einer anderen Lagerhalle. Die ist auch voll bis oben. Ach so. Dann warte ich lieber noch mit dem Schuppen. Dann komm erst hier hin, Looten. Hier hast du auch vieles zum Looten. Okay, das werden wir sehen in der nächsten Folge. Denn diese Folge ist vorbei. Und wir bedanken uns für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Genau. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst ruhig ein Abo da. Würde uns freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.